So, jetzt ist es raus. Der Kaiser hat entschieden. Er wird die Reichsacht über mich verhängen. Ich werde vogelfrei sein, weil ich nicht bereit bin, klein beizugeben. Aus herrschaftlicher Gnade tötet er mich allerdings nicht sofort, sondern gibt mir 21 Tage, um nach Wittenberg zurückzukehren und dort ein letztes Mal über meine Sturheit nachzudenken. Na danke. Für mich heißt das, so schnell wie möglich nach Hause. Morgen früh brechen wir auf. Hier in Worms wurde alles gesagt. Und das Verrückte ist, ich habe immer noch keine Angst, weil das, wofür ich kämpfe, so viel wichtiger ist als meine eigene Sicherheit. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt doch Schaden an seiner Seele? Meiner Seele geht es gut. Gott mit dir und lang lebe die Reformation.